ja die jahre leute und alles willkommen zu einer anderen weiteren aufnahme pvz heute mit der zweiten runde des zombo stauern specials bei den land er diesmal bei den zombies nicht bei den pflanzen suchen das spiel und zwar unser erster qualität hier der Himmelskämpfer oder Himmelsjäger ich weiß es immer nicht sicher so auf jeden Fall habe ich das erste Duell hier gewonnen und da bin ich auch schon tot kamen aufgeladener Plasma Schuss der schon weg ist nach der Doppel ist dort zwei Charakteren Läufe statt holen es vormann er muss du doch sache er ist genaubst von einheitlich gerechtlich jemanden und Teleporter auch dann wenn ich besucht er die Gegner sind ziemlich gut ach du scheiße wir meine Drohne hier im Spawn weggeballert ich bin es gut die haben uns im Zweck okay ich muss richten tp kommen mit wenn nicht hatte von Becken zur Decke wird der Miene eine Worte ja knapp 8 kommen schon Ticken wie viele plans sind hier am tp ihr könnt den kommentaren schaub wie bei euch das wetter ist schön warm tp scheiß ficken alles voll ich habe mich gemacht aber der landschaftsformer ist ziemlich gut muss ich sagen ich unterstütze dich ja wer auch praktisch weil hier ficken alles voll und so ich weiß ich krieg von der mutter menschliche sie wo stacheln munition hey laufen doch alle wie im katilung ich habe schon der schwarke ist weg auch wenn ich nicht schaffe den tp hinzustellen und nicht der schilder muss es so nah ran sein glaube ich so als habe ich schon eine sima killstreak jetzt bin ich tot also eine sima killstreak einfach so mal beim versuchen den teleporter aufzustellen ist alter ist einfach von über ein griffen wie viele pflanzen im garten gar keine gut wenn sie den tp nicht ergeben wollen nehmen wir halt den garten als es auch viel zu viele also auch archi hälfte ist feuerblumen worden aber ich kann nicht bist du tot er wird natürlich bleibt mich hier sehen ein kreuz schöner was kann ich schaust als wrestling starke wir können mit zwei Westen ist das wenn wir sehr wohl schaffen in den Garten zu kommen das ist ein Laufhalter guter die Wollung links oder ja hier am besten werde ich die Mitte von Deckung zu Deckung du bist nicht mehr aber da oben ist auch noch auf dem Dach und die Woll ja hier nehmen ein Fremdverein WTF ich werde von fünf Sekunden Todalter er ist doch krass steht auch mit Fakim G was auch wieder sterben und das ist echt das ist keine Chance zu überleben aber er will er nicht mehr gefeiert nur doch einfach für 40 Punkte sind schlechtes die Runde ist hier ist Kämpfer aber es scheint mir so als wollen die hier nicht so Sambo stauen mit uns er ist es für ein Gegner Team die sind eigentlich eigentlich gar nicht aber ich schaue auf der falschen Seite er hat doch okay die ein paar gute habe ich auch und das gute solche uns durch die Haar trotzdem erzelle ich auch ein sehr ganz und ist einfach bis gut bei dem Game ja wir sind gut bei dem Game wie gesagt ich hatte kann man Landschutz von einfach mal ist immer die Stücke an der Front letztlich ich habe nur Kielst und 70 Punkte jetzt ehrlich ist es wieder ich glaube er wird er will er überlautig heute fragt nach der WTB endlich so aus dem Mocker laut wort Kiel die Bohne ist einfach instant explodiert der eine Bohne auf uns geworfen und noch bevor das Geräusch da war es die explodiert vor allem ist er mit einem Mann mit einer Scheißfeuer Blumen die Kinder wie immer Alter ich habe den ersten Garten nicht ich das ist auch noch nicht schon mal so da sag also bei der drohliche wieder weggeholt bevor ich drüben war der pylonenanschlag gewollt aus den garten ein da habe ich okay die zombies gehen rein wir müssen jetzt pushen jetzt sind wir böse Prozent es reicht wieder hier mit freundlich und so liefern wir sind da unser Team post endlich wird weil sie sagen dass es wird es ist ja so dass er ja wieder da ist aus dem Bild was ist los ja okay der erste steht da ich werfen den Lärmgranate was passiert nichts die schon wieder von den angst hausenpilz gekillt wir haben schon wieder erster bin also der zweite das bist du mit fünf jahre und unser team kann mal gar nichts wir waren die ganze scheißrunde zum platz 1 und 2 ja okay jetzt rein da so wie der wiese explodiert weil ich alle pack auf bestell ab beim der alles explodiert du explodiert auch und du explodiert sind auch gefälligst verweckt wieder ein weg was war das jetzt da wieder die Kartoffel wie der 8 konnte bitte wiederbelebte ich welche lecker verabredet wurde wiederbelebung eine neue Hintlauf schädigende da sechs leider ja ich wollte gerade nein nein weil es werden genau die 4000 Münzen die ich gerade in der Runde gemacht habe das gleiche wir damit jetzt wieder aus und tun es als wäre diese Runde gerade irgendwie passiert was ist passiert ich weiß nichts ich weiß nichts warum macht eigentlich die Aufnahme Leute warum Aufnahme ey verpisst euch servus und ciao ey verpissen tschau alter verpisst euch man